Ich finde, dass wir sehr energisch und entschlossen auftreten sollten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch viel Spaß und Spielfreude. Jetzt sollten wir nicht so sehr über die psychische Komponente diskutieren und nachdenken, sondern wir müssen an unsere Physis denken. Wir müssen daran denken, dass wir extrem viel Laufarbeit verrichten sollten. Wir müssen einfach Leistung entfachen durch Spielfreude auf dem Weg nach vorne. Das war ein bisschen in dem Pokalspiel zu sehen, dass es auf dem Weg nach vorne ein bisschen gedauert hat. Es war sehr erfolgreich mit dem 1 zu 0 Sieg dann letztendlich. Aber wir wollen einfach mehr Tempo in diese Partie bringen und das Tempo nicht so verschleppen. Wir müssen vorlegen, das wollen wir auch. Wir wollen mit einem guten Ergebnis nach Fürth reisen. Und deswegen kommt es eher darauf an, dass wir läuferisch und was die Taktik angeht, die richtigen Maßnahmen treffen. Ihr seid ja schon angespannt. Wie soll es an uns erst gehen? Das kann ja auch positiv sein, meine ich. Absolut, absolut. Deswegen sage ich ja, wir müssen angespannt sein. Wir müssen auch mit voller Energie da reingehen in diese Partie. Das tun wir auch. Aber wir müssen trotzdem auch Spaß daran haben, einen Gegner auseinanderzunehmen. Das zumindest zu probieren mit unseren Mitteln und Möglichkeiten. Und ich habe es gesagt, wir haben an unseren Stärken gearbeitet in dieser Woche und die wollen wir einbringen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.